wir sind blieb die und ja ich habe noch 13 feilschaltungen ach ja das mache ich später ich könnte mich jetzt was machen aber nicht nur später ich könnte manchmal alle waffen freischalten ich habe nämlich noch 13 feilschaltungen aber ich halte mir jetzt einfach mal den hier frei weil ich will immer ausprobieren habe ich hier voll ja ich voll ich hab so dass ich es einfach mal dann tue schon emblem bis sie bearbeiten also mit dieser maske kann man ja schon was machen versuche ich dann mal mal gucken was rauskommt und dann noch mal abschluss beschädigt oder schon wieder oder was auch immer abschluss bestätigt manchen das einfach so zeigt was ihr wert seid ach ja und dann hätte ich einfach eine kiste oder sowas oder was auch immer ausrüstung habe ich doch leise gemacht wir haben die kontrolle übernommen das haben wir ja durch mich haben wir einen verloren ach komm schnell können die doch nicht sein warum habe ich jetzt schon wieder so eine scheiß verbindung abschluss bestätigt wir schießen die stück der wand kaputt also um die ecke besser gesagt verbündete drohne nähert sich abgeschossen 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 immer wenn ich ab ein ab naja äh 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 verbündete hellstorm Rakete unterwegs abschluss bestätigt da war ja noch einer habe ich gar nicht gesehen verbündeter todbringer läuft warm abschluss bestätigt na los abschluss bestätigt ähm ja gut äh verbündete drohne nähert sich das können wir aber noch gewinnen abschluss bestätigt abschluss bestätigt leergeschossen abschluss bestätigt abschluss bestätigt oh ne das ist eine von uns das ist eine von uns oh krone steht bereit verbündete drohne nähert sich hm ach da liegt das abschluss bestätigt abschluss bestätigt abschluss bestätigt wachladen wachladen ne abschluss bestätigt abschluss bestätigt abschluss bestätigt abschluss bestätigt zuerst und dann noch die hellstone verbündete vorräte unterwegs na super und dann halt nur einen vorräte die drohne vorräte unterwegs kommt einer drohne nähert sich verbündeter blitzschlag steht bevor auf die meine ne konterdrohne bereitschaft die konterdrohne wir müssen da so schnell ich glaub der hat äh leichtgewicht drin feindliche drohne nähert sich hab ich kohlen und runter drohen also boah ist hier alles gut der lebt noch was ist das hä hä wie viel bin ich jetzt gesch- das war doch ein komisches zeichen es war doch kein auto hm drohne nähert sich haftgranate abschluss verwehrt verkehrt genau ich muss sterben ich muss ja sterben aber das kann doch nie wahr sein es explodiert denn hier dauernd da sind welche da sind welche ach jetzt ich könnte mich mal langsam das auto kann mich zum glück nicht nochmal töten abschluss bestätigt das auto kann mich zum glück nicht nochmal töten wo kam der wo kam der nein ich seh die nicht genau die hat er schon auf Gold ja mhm aber das war doch blöd diese schrotflinten die nerven ja aber im end schon 38 schon wow 38 also wenn ich heute noch level 40 packe dann ist das gut weil dann sind es nämlich noch 15 15 ne ist er noch an uns 15 wow 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 die können natürlich durchs auto schießen THIS woher woher da kam ich doch grad her da kam ich doch grad her da kam ich doch gerade her ich bin doch hier raus Na ja. Die Mission ist fast erfüllt. Nicht aufheben. Verbündete Hellstorm-Rakete unterwegs. Er ist erledigt. Abschuss bestätigt. Drohne steht bereit. Natürlich greffe ich nicht. Wie viel geht das eigentlich noch? Bis 100, okay. Achso, kann ich ja nicht. Ich wollte gerade werfen. Ja, auf die Beine, genau. Da vorne bin ich gewesen. Niemand nimmt ihn ein. Okay. Totenstille und Dötter. Jetzt habe ich alles gerade auch freigeschaltet. Ja, gut, okay. Kann man das hier eigentlich auch kopieren? Kopierstellen, genau. Ich habe schon eine Kopie. Und jetzt bin ich ganz hinter... Oh, ich komme. Dann... Irgendwo... Hier muss das sein. Wie geht das los? Mist, Mist, nicht drehen. Nein. Heranzoomen und dann... Naja. Also. So, ein bisschen andere Farbe muss ich dann noch... Ja, mach aber das mal. Dann spielt er dann nochmal. Ah, schon wieder? Hm? Okay. Dann nochmal. Nehmen wir mal... Die... Und wir suchen mal die Zweitwaffe. Hehe. Mission wurde bestätigt. Das ist ja wie sie das hat noch hier. Ich probiere nur, ne? Ich versuche das jetzt... Einfach mal so. Natürlich immer dann, wenn ich nicht hingucke. Sind da welche? Jetzt muss es natürlich hinken. Das ist ein Abschuss. Jetzt treffe ich nicht. Was ist das? Aber das ist so eine Dreischusswaffe als Pistole. Himmel señor? Nun ist das! Der Schuss hat geliehen! As Raum siete. Dann indem man... Ja, ich weiß nicht. Wow, das ist ja schon Herr avail. nur mit pistole hier für die pstole ist eigentlich die beste b3 sonst eher finde ich eigentlich so ein taktikmesser vielleicht wieder eine kontra ich bräuchte hier noch das ist ja die fahl ne ja genau wir haben die kontrolle vielleicht mit schnellfeuer machen ist das ist ein abschuss abschuss bestätigt die schuss hatten die 15 wow ist da ist er gestorben äh da man muss das jetzt ich nicht mehr was das denn ja ja naja klingt das einfach mal ja natürlich im gegner jetzt mal ehrlich die verbindung müsste eigentlich viel besser sein irgendwas haben die jetzt gerade mit der verbindung geändert oder mit den servern irgendwas haben sie geändert das hängt einfach nur ja 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 die schüsse brauche ich jetzt um einen zu töten Ja, das trifft auch durch die Wand. Keine Ahnung. Achja, ich krieg nicht mal Assist-Punkte, weil ich die kaputt gemacht hab. Hey, von hinten, die wollen mich verarschen. Ich tue irgendwie grad überhaupt nix mehr einsammeln, ne? Wir gewinnen diesen Kampf. Abschuss verwehrt. Abschuss verwehrt. Ey, der kommt grad in meine Sicht und dann bin ich schon tot? Was ist das denn? Abschuss bestätigt. Ich versteh das nicht so ganz. Ja, der war nicht mal mehr in meiner Sicht. Abschuss bestätigt. Nein, 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 nein. Also die Verbindung ist gerade wirklich total schlecht. Abschuss bestätigt. Wow. Äh, will, will, will. Wer war denn der Fall? Oh! Abschuss bestätigt. Naja, ein unbewaffneter... Wow, 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 wow. Vorräte erwarten Befehle. Abschuss bestätigt. Wie viel waren das denn jetzt? Hellstorm-Rakete in Baratshaft. Nee, komm, warte mal. Hellstorm-Rakete unterwegs. Das ist ein Abschuss. Verbündete ohne Näherzicht. Jetzt suche ich hier erstmal die Vorräte abschmeißen. Verbündete Vorräte unterwegs. Okay, mal das da hinschmeißen, damit da keiner kommt. Komm. Natürlich! Ey! Ja, da ist das... Die Kiste ist weg. Ja. Abschuss verwehrt. Da brauche ich gar nicht mehr hinrennen. Feindliche Kriegsmaschine eingesetzt. Kontakt! Da brauche ich nicht mehr hinrennen. Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt. Welche Schüsse brauche ich denn da jetzt? Abschuss verwehrt. Es ist sinnlos einfach. Sinnlos. Einfach nur sinnlos. Na, dann machst du kaputt. Gaffel dich wieder auf! Oder auch nicht. Hä? Warum sind die aufgesammelt? Abschuss bestätigt. Ähm, 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 ähm. Geht ja wohl nicht so, ne? Ach, du Kriegsmaschinen, Mensch. Abschuss bestätigt. Du, nicht streffender Mensch. Abschuss bestätigt. Boah, an. Drohne steht bereit. Und er bündete Probeherrsicht. Abschuss bestätigt. Hellstorm-Rakete erwartet Befehle. Verbündete Hellstorm-Rakete unter... Na, nochmal. Schieß doch. Los. Jetzt mal hier hin. Vorräte unterwegs. Erledigt. Blitzschlag in Bereitschaft. Unser Sensor adjustiert Ziel. Verbündeter Blitzschlag steht's bevor. Toll getroffen, ja. Abschuss bestätigt. Schon gedacht, jetzt treffen darf der Blitzschlag nicht mal. Immer weiter kämpfen, wir liegen vorn. Abschuss bestätigt. Drei Leute sind noch von mir. Ah, ah, ah. Also, ich merke so, selbst ist das... Das Spiel hinkt manchmal. Schon scheiße. Ah, was war'n das jetzt? Achtung, feindliche Drohnen nähert sich. Ah, 50.000 Punkte. Oder 5.000. Auf die Beine! Auf die Beine! Dimm! Au! So viele Schüsse brauch' ich da. Wir haben die Führung verloren. Die Schütterungsgranate geworfen! Die fangliche Truppen haben die Ausrüstung zerstört. Einen! Mission gescheitert! Das muss nächstes Mal besser laufen! Alles erledigt! Also, ihr seht doch... Also, ihr seht selbst, die Verbindung ist scheiße. Hier, wie man jetzt hier sieht. Alle haben gelb. Also, die, äh, ja. Okay! Was für ein Level bin ich noch? Äh, 38, ne? Fast Level. Veteran. Hm. Mein erstes. Ich geh' mal raus. Hier, ne, ne, ne. Warte, ich wollte... dahin dahin irgendwas habe ich hier freigeschaltet oder auch nicht aber irgendwas muss ich hier freigeschaltet haben waffen kann es nicht sein spielmodi ja hier das nehmach das sieht gut aus hier schon noch irgendwas freigeschaltet irgendeinem leben bestimmt ja immer noch das hier so mal gucken jetzt jetzt will ich mal gucken so die farbe auswahl naja sieht ein bisschen komisch aus oder das ist scheiße aus dieses emblem einfach jetzt löschen oder warte jetzt muss er erst mal an das hier löscht was ist falsche gelöscht ja weg brauchen wir nicht ja okay dann würde ich mal sagen ich mache jetzt mal wieder eine aufnahmepause bis zum nächsten mal